Was macht die? Malik hat den Stock so tief im Arsch, dass es fast zwanghaft ist. Er wird seinen Fehler bemerkt und sich aus dem Staub gemacht haben. Aber garantiert überwachte den Computer im Versteck. Was passiert hier? Jetzt schon wieder Silvester. Dann zwingt ihn der Stock dazu, zuzuhören. Ein Versuch kann nicht schaden. Warum fliegt da alles in die Luft? Hey, guck mal, das Video habe ich geschnitten. Ich weiß gar nicht, was passiert. Boah, voll überrascht. Boah, das hat er da reingeschnitten. Der Joke war voll gut. Oh mein Gott, hab ich mich weggeschmissen fast vor Lachen. Du weißt, dass du das Video selbst geschnitten hast? Ja, aber ich habe das gut gemacht. Klar, hi. Es ist ein Shiny Marcel, hallo. Mäh, mäh. Okay, gut. Dann haben wir den Part abgeschlossen. Ach, da kann ich herunter. Stimmt. Und ich bin halt Level 40 und so viel level ich nicht mehr. Hallöchen. So viel level ich nicht mehr. Was? Er ist mit 23 geboren worden? Was? Was? Ah, wo kommst du denn jetzt? Alles klar. Verschiedene Baumengel entdeckt. Was? In den grünen Anlagen sitzen lauter geflügelte Blondinen in der Baumkrone und spielen Harfe. Ach, Baumengel. Nein. 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 Roffel, roffel. Lol, lol, lol. Gwennel entstellt aus wie ein Pädopolizist. Oh, ich glaube ich erinnere mich hieran. Aua. Ich habe mich selbst überfahren. Ich habe keine Ahnung von Fischen. Siehst du, so geht das den meisten hier. Ja, du ja auch nicht. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Korrekt. Ich könnte mir in den Hintern beißen für diese Dummheit. Mach mal, das ist bestimmt... Warte, warte. Wir verkaufen das als Attraktion. Du wartest bis Tag ist. Wir verkaufen Eintrittskarten und dann beißt du dir in den Arsch. Guck mal. Ich habe eine Gitarre. Ich wollte mal ein Rockstar werden. It's Leon. Ja. Irgendwann wird es mal dein unbeziegbarer Champion. Hast du gehört, ne? Ich hoffe, man hat es auch im Spiel gehört. Au. Da hat man es zur Not gesehen. Theater? Sappel keine Scheiße. Kann ich mich anzünden? Nein, kann ich nicht. Fuck. Du kommst da rein, sollst es nicht den Leuten vorstellen. Und das erste, was dir einfällt ist so, kann ich mich anzünden? Das ist ein bisschen nicht richtig. Du hast drei Wellensittiche. Ach so. Du hast welche. Ich dachte, du hast Nymphensittiche. Ich kenn mich doch mit Vögeln nicht ab. Ich wurde ausgeraumt. Schön für dich. Schön für dich. Ich habe da, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Aber für den Fall, dass ich es jetzt nochmal erzähle, unterbringe ich mich gerne. Aber da war ein Streamer. Toll. Das war ein schönes Geräusch. Damit hattest du nicht gerechnet. Das war das erste, wo ich dachte, damit kann ich ihn unterbrechen. Ich komme. Das wollte ich gar nicht wissen, du Sau. So. Ich bin auch dabei. Hallo. Nachdem ich eine Woche lang an seiner Tür gebettelt habe. Wie gebettelt? Du dich. Ich bin nicht richtig. Weil ich rot. Ahahahahahahaha. Ah. Oh scheiße. Habe ich mich verloren. Oh scheiße. Die höchsten Punktzahlen landet man mit Treffern ins Zentrum der Scheibe. Bullseye. Den äußeren Ring Double oder den inneren Ring Trouble. Äh Trouble. Triple. Trouble. Hahahaha. Okay. Mir geht es brüsttastisch. Äh ich meine fantastisch. Ich wusste mit dem Thema kriege ich euch alle. Hahahaha. Irgendwann dürfen es nicht sehen, dass du schaust oder vorher ansprechen. Hallo. Darf ich mir deine Brüste angucken? Ich finde sie sehr hübsch. Meinst du so? Hahahaha. Sonnenbrille. Oh. Armband hat die Prostrats. Da ist das Loch im Boden. Huiiii. Huiiii. So. Hallo. Ja. Oh. Weißt du was? Huiiii. Hehehe. Waaah. Ich könnte auch springen. Ihr habt mir hier gar nichts zu sagen, was ich hier zu tun und lassen habe. Nicht erschrecken. Du bist ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Hehehe. 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 So und jetzt muss ich wieder lebend zurück. Hehehe. 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 Was ist das? Ich weiß nicht, ob es der Klage geworden ist. Aber es ging zumindest mal als Klage durch. Das ist schwierig was. Das ist ein Shiny. Was?! Oh, mein Gott. Das ist hässlich. Aber egal. Luftattentat. Das war der falsche. Das war der falsche. 100 Gramm Chips und 100 Gramm Luft. ja war 100 gramm luft wie glaube ich deutlich braucht deutlich mehr platz nicht wiegt mehr was wie doof bist du eigentlich braucht mehr platz als die urgen an kampf chips ach hier ist eine werkbank das heißt hier ist ein sicherer raum ok cool ich für die ja das stimmt weniger konkurrenz du bastard warum stand er da noch warum stand er da noch da ist darwin wohl auf blöde art und weise gestorben ich finde er für verdient er den darwin award und das wäre zu fragen ich glaube nicht einfach auf irgendwelche türme er muss mich erst mal zum essen einladen ich war so überrascht davon dass ich bis auf dieses ja nichts anderes sagen konnte vielleicht muss der redscheist mit einem super sexy blick verführen und dann wird es shiny das ist einfach nicht zusammengearbeitet zusammengesetzt aber schön dass es für leute wie dich auch noch mal ein sound das ist einfach nicht zusammengearbeitet zusammengesetzt aber schön dass es für leute wie dich auch noch mal ein sound für leute wie dich du kannst mich mal hallo hallo was für den ganzen tag warum kommst du jetzt erst nach hause oh mein gott muss der bot jemand fragt eigentlich von diesem twitch kanal ja muss er stell dir mal vor stell dir mal vor stell dir mal vor stell dir mal vor ja ich will mir was vorstellen jetzt sag mir nicht was wo geht es denn da hin da gibt es auf jeden fall loot scheiße ich habe spaß alter ich will den einkaufswagen mitnehmen warte kann ich ihn aufstellen come on krieg den auf die straße warte und dann wird er von autos weggeschossen ich habe ihn fast ich habe ihn fast ja ne vergiss es muss ja du bist schon älter um 2 uhr nachts im bett das ist wahr das ist wahr die jugend von heute bleibt immer so lange auf das kann ich überhaupt nicht mehr vollziehen Ja Chris, ja wem muss man doch schon längst schlafen, damit man morgens wieder um 6 aufstehen kann. Ja, ja! Also so in etwa wie bei Pokémon' Schwert und Schild, mit dem Shiny and Red Shirt... Waaaah NEEEEEEYY! Da war nicht die Treppe... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! 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 Bin ich jetzt neben dem Bonfire gestorben? Okay, dann let's go. Ja. Der Ursprung des Sirops. Jakob brei- Oh man, ich hab ein Problem! Jetzt hast du ein Problem. Jetzt hab ich wirklich ein Problem. Guck mal, sie ist einfach. Ach ja, mal ein bisschen anders setzen hier. Es ist Shiny, endlich! Was? Das sieht überhaupt nicht anders aus. Das sieht überhaupt nicht anders aus. Wisst ihr, was doof ist? Ich hab kein Eis. Der Kampf wird richtig beschissen. Was? 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 Deswegen solltest du verkacken. Damit Armand die Punkte nicht kriegt. Aber es wäre auch lustig, euch alle zu trollen, die jetzt gegen mich gestimmt haben. Dann streng dich an, wenn du uns trollen willst. Moment. Ich arbeite dran. Doppel-K. 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 zählt ok leide wisst ihr was ich habe euch getreut und damit bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen nämlich vielen dank für ein weiteres tolles jahr auf twitch auch in das jahr 2020 vielleicht nicht unbedingt das geilste jahr für uns alle war bin ich doch froh dass wir es alle zusammen verbracht haben von daher hoffe ich dass es euch ganz genau so ging dass ihr spaß mit diesem highlight video hattet ich hatte auf jeden fall viel spaß beim schneiden und musste mir die clips hier diverse male angucken und es war ja ich habe manchen clip lache ich jetzt nach x mal schauen immer noch von daher hoffe ich dass wir alle ein weiteres tolles jahr nächstes jahr zusammen haben werden und freue mich wenn wir uns dann im stream wiedersehen oder auf discord oder auf sonstigen social media plattform von daher macht's gut bis dann bye